Es ist Mittwoch und damit Zeit für Ihre DOZ-News und die beginnen gleich mal mit einer Warnung speziell nach Niedersachsen. Achtung Hundeführer! Im Landkreis Nienburg ist die aujetzgische Krankheit bei einem Stück Schwarzwild nachgewiesen worden. Der Landkreis meldet, Zitat Ende. Und noch eine Hundemeldung, die so wütend wie fassungslos macht. Im oberbayerischen Landkreis Erding wurde am Wochenende ein Jagdhund von einem Auto angefahren und liegen gelassen. Medienberichten zufolge wurde der verletzte Vierläufer sonntagfrüh im Bereich Steinkirchen von einem Zeugen entdeckt. Eine Polizeistreife konnte den Deutsch-Langhard zwar noch zum Tierarzt bringen, eine Rettung war allerdings nicht mehr möglich. Das Tier musste eingeschläfert werden. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Hund im Rahmen einer Nachsuche eingesetzt und geschnallt wurde. Er dürfte dann auf der Kreisstraße bei Grabbruck und Köngingen von einem Auto erfasst worden sein, dessen Fahrer flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dorfen unter der Rufnummer 08081 93 050 entgegen. Hoffentlich wird der herzlose Autofahrer schnell ermittelt. Jäger stellt Wilderer Ein erfolgreiches, wenn auch nicht ganz ungefährliches Jagderlebnis hatte am Wochenende ein Jagdpächter im Landkreis Sächsische Schweiz, Ost-Erzgebirge. Der Grünrock war nachts in seinem Revier bei Glashütte unterwegs, als er Sonntagmorgen gegen 1 Uhr ein fremdes Fahrzeug mit Jagdutensilien feststellte und Schüsse hörte. Als der Weidmann den Ursprungsort der Schüsse aufsuchte, überraschte er einen 52-Jährigen mit einem frisch erlegten Wildschwein, meldet die Polizeidirektion Dresden. Gegen den Mann wird nun wegen Jagdwilderei ermittelt. Während in Niedersachsen eine geplante Wolfsjagd erneut abgeblasen wurde, ist die Strecke in Kärnten bereits zweistellig. Wie der Landespressedienst mitteilt, wurde kürzlich im Bezirksspital Drau ein als Risikowolf eingestuftes Exemplar in unmittelbarer Nähe zu bewohnten und bewirtschafteten Hofgebäuden erlegt. Es handelt sich um den nunmehr zehnten Wolfsabschuss seit Inkrafttreten der Kärntner Wolfsverordnung. In Deutschland steht die erste Wolfsentnahme nach dem neuen Schnellabschussverfahren derweil noch aus. Das Land Niedersachsen hat kürzlich eine Genehmigung zum Abschuss eines Wolfs in der Region Hannover nach Eilanträgen von Umwelt- und Naturschutzverbänden vorerst wieder einkrassiert. Weidmännisch wählen! Der Deutsche Jagdverband ruft zur Teilnahme an der Europawahl auf. Denn wichtige Entscheidungen der Jagdpolitik werden auf europäischer Ebene getroffen. So zum Beispiel das Verbot von bleihaltiger Schrotmunition, die Verschärfung des Waffenrechts oder die Änderung des Schutzstatus des Wolfes. Es ist deshalb sehr wichtig, der Jagd im Europäischen Parlament eine Stimme zu geben und die Jagdpolitik der kommenden Jahre mitzubestimmen, erklärt der Verband per Pressemitteilung. Alle wahlberechtigten Jäger werden daher dazu aufgerufen, sich an der Europawahl am 9. Juni zu beteiligen. Der DJV hat einen Fragekatalog erstellt und sich mit diesem an die wichtigsten Parteien gewandt. Deren Antworten werden voraussichtlich ab Ende April auf jagdverband.de veröffentlicht. Unbedingt mal reinschauen. Und Gleiches gilt natürlich für die Homepage Ihrer DJZ. Sie wissen ja, djz.de. Da wird's bald so richtig spannend, denn wir zählen einmal mehr den Bockjagd-Countdown herunter. Der beginnt am Freitag, den 19. April. Bei diesem Online-Gewinnspiel werden die einzelnen Tage bis zum Aufgang der Bockjagd heruntergezählt. Für uns ist das der 1. Mai. Mitmachen lohnt sich in jedem Fall. Bekannten Herstellern aus der Jagdbranche haben tolle Preise bereitgestellt. Viel Glück hierbei und Waldmannsheil.